Ja, natürlich bin ich stolz, ich bin glücklich für die Spieler, diesen Moment zu genießen. Natürlich gibt es noch einen langen Weg zur Endsaison, aber diesen Moment müssen wir genießen. Es war nicht einfach, aber wir haben gut gespielt, wir haben mit emotionalen Kontrolle gespielt, wir haben nicht verloren, die Idee, wie wir spielen, und dann waren wir glücklich mit der Elfmette. Manchmal in den letzten Bundesligaspielen waren wir nicht gut und heute waren wir super, wir waren sehr effektiv, aber das ist Fußball. Ich dachte, heute ist ein anderes Spiel, es ist ein anderes Thema. Es ist nicht Bundesliga, es ist Europa. Ich war nicht nervös, ich hatte Vertrauen, dass wir weiter machen konnten. Wir waren cool, wir hatten eine gute emotionale Kontrolle, das habe ich schon gesagt. Aber das war sehr wichtig und diese Erfahrung in Europa, glaube ich, dass es für die nächste Phase helfen will. Diese beiden Spiele gegen Monaco waren sehr intensiv. Das war sehr wichtig und da sind für die Ereignisse, dieses für das. Wir waren sehr schlecht und ganz schnell. Können der Spiele gegen Monaco? Oh, das war sehr wichtig und der Aufteilung sehen wir mal am Detail des Spiele gegen Monaco. Vielen Dank.